als ihre Freundinnen sie allein lassen. Und sie kann auch niemanden finden. Laut Les Eng ist Bobby Fry in dieser Nacht wütend. Er hat bereits eine Schlägerei in einer Bar gehabt und sucht nach neuem Ärger. Dann entdecken sie Betty weinend am Münzfernsprecher. Bobby sagte, ich kann Frauen nicht weinend sehen. Wir nehmen dich mit. Unterwegs stoppt Fry sein Auto, zieht Betty heraus und versucht sie zu vergewaltigen. Betty wehrt sich. In Rage sticht Fry mit dem Messer auf Betty ein und nimmt anschließend den Vorschlaghammer und tötet sie. Dabei landen Blutspritzer auf seinen Schuhen und seinem Shirt. Sand und Blut auf seiner Schulter beweisen, dass er den Vorschlaghammer nach dem Mord beiseite gelegt hat. Beide Männer verstecken Bettys Leiche in den Büschen. Dabei kommt Les Eng mit dem Blut des Opfers in Kontakt. Die Männer lassen die Mordwerkzeuge zusammen mit den Fuß- und Reifenspuren am Tatort zurück. Dann fahren sie aus reinem Spaß in die Wüste. Doch dort kommen sie in Schwierigkeiten. Frys Auto bleibt im Wüstensand stecken. Er bittet seinen Vater um Hilfe, doch auch der bleibt stecken. Genauso wie der dann gerufene Abschleppwagen. Erst Charlie Bergen kann alle befreien. Hätte Charlie Bergen sein Mobiltelefon nicht aus Ärger über den Anruf seiner Frau weggeworfen, die Polizei hätte diesen Fall womöglich nie gelöst. Als ich den Anruf bekam, dachte ich, um Himmels Willen, was will sie von mir um diese Zeit? Wissen Sie, ihr Anruf nervte mich. Doch wahrscheinlich war das der beste Telefonanruf, den ich je bekommen habe. Robert Fry wird schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Les Eng sagt gegen ihn aus und erhält eine 40-jährige Gefängnisstrafe. Fry wird später noch wegen drei anderer, bis dato ungeklärter Morde verurteilt. Darunter ist auch der Fall Donald Sosey, der zwei Jahre zuvor ebenfalls in der Wüste ermordet aufgefunden worden ist. Bettelies Familie ist den Ermittlern sehr dankbar, dass sie die Mörder aufgrund der forensischen Beweise überführt haben. Wir sind sehr froh darüber, dass die Mörder ihre gerechte Strafe bekommen haben. Betty Lee hatte es nicht verdient zu sterben. Niemand verdient es, auf solch schreckliche Art und Weise zu sterben. Das war wohl eine der schrecklichsten Situationen, die man sich als Frau in seinen letzten Momenten vorstellen kann. Grausam. Ein Gedenkstein steht neben Bettelies Grab. Er dient nicht nur der Erinnerung an ihren sinnlosen Tod, er ist auch Hinweis auf die gute kriminalistische Arbeit, die geleistet worden ist. Die Beweise vom Tatort und die Beweise, die wir später noch entdeckten, machten in diesem Fall den Unterschied. Beweise sind immer der entscheidende Faktor in einem Prozess, wenn man welche hat. Beweise lügen nicht. Die forensischen Beweise waren großartig. Von der Blutspurinterpretation, der DNA, den Fußspuren bis hin zu den Reifen. Wirklich großartig. Die forensische Wissenschaft hat diesen Fall gelöst. Eine Schadenssachverständige verschwindet während einer Grundstücksbesichtigung nach einem schweren Sturm. Die Strömung eines nahegelegenen Flusses, das Bauteil eines Motorrades und das Briefkuvert einer Bank geben Antworten auf den Verbleib und das Schicksal der jungen Frau. Im Sommer 2004 wüten innerhalb von sechs Wochen vier Hurricanes in Florida und richten milliardenschwere Schäden an. Tausende werden obdachlos. Viele Menschen hatten enorme Hurricaneschäden. Noch Monate nach den Stürmen konnte man auf Dächern in ganz Florida blaue Zelte sehen. Im ganzen Staat schicken die Versicherungen ihre Sachverständigen herum, um die Schäden zu beurteilen. Eine von ihnen ist die 25-jährige Katie Freshly. Es ist ihre erste Arbeitsstelle nach dem Collegeabschluss. Wir wurden von dem ersten, dem zweiten, dem dritten und dem vierten Hurricane in ganz kurzen Abständen getroffen. Sie waren total überfordert. An einem Freitagabend, nach einer strapaziösen Arbeitswoche, ist Katie mit ein paar Freunden in einem Restaurant verabredet. Doch sie erscheint nicht. Während des ganzen Wochenendes hören weder Familie noch Freunde etwas von ihr. In Abständen hat meine Frau versucht, sie anzurufen, konnte sie aber nicht erreichen. Sie verstand nicht, warum es nicht klappte. Sie hatte gerade eine vierjährige Beziehung zu einem Mann beendet und lebte unabhängig. Zum ersten Mal in ihrem Leben fällte sie ihre eigenen Entscheidungen. Amy, Katies beste Freundin, hat einen Schlüssel zu Katies Apartment. Darin ist alles in bester Ordnung. Nur die Katze ist nicht gefüttert. Katie war also offensichtlich nicht hier. Sie ahnte, dass etwas nicht stimmt. Sie rief uns an und sagte, ich will euch nicht beunruhigen, aber ich mache mir Sorgen um Katie. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich kann sie nicht finden. Die Polizei veröffentlicht ein Plakat mit Katies rotem Chevy Impala. Katies Chef sagt aus, dass ihr letzter Auftrag am Freitagnachmittag ein Haus in Tampa gewesen ist, an dem das Dach undicht gewesen sein soll. Ich wusste, was das für ein Gebiet ist, eine extrem schlechte Gegend. Aus irgendwelchen Gründen hatte Katie Probleme, es zu finden. Amy war bereits zurück im Büro und dirigierte Katie zu dem Grundstück. Laut Aussage ihrer Kollegin hat Katie das Grundstück letztendlich gefunden. Sie sagte, ich glaube, ich bin da. Jemand kommt zum Auto. Ich melde mich später. Das war das letzte Mal, dass jemand mit ihr gesprochen hat. Katies Eltern fahren zu dem Haus in der Mulberry Street 1503 und sprechen mit den Bewohnern. Jason Funk und Pamela Hinz sind nur drei Tage zuvor in das Mietshaus eingezogen. Wir waren gerade eingezogen und schon hat man Fremde an der Tür, die fragen, haben Sie Katrina Freshly gesehen? Und dann wollen die Leute wissen, ob man das Auto einer Versicherung gesehen hat. Jason und Pamela erzählen den Eltern, sie seien am Freitag nicht da gewesen und hätten Katie nicht gesehen. Zudem behaupten sie, nichts von einem Loch im Dach zu wissen. Und ihr Vermieter hätte ihnen auch nichts von dem Besuch eines Versicherungssachverständigen gesagt. Nur rund einen Kilometer entfernt finden Katies Eltern das verlassene Auto auf einem Parkplatz und alarmieren daraufhin die Polizei. Der Wagen ist nicht abgeschlossen, Katies Schlüssel liegen im Innern. Ich dachte, sie ist im Kofferraum. Du willst, dass er geöffnet wird? Dann willst du doch nicht, dass er geöffnet wird. Als sie ihn öffneten, war es totenstill. Katies Leiche ist nicht im Kofferraum. Nur ihre Handtasche wird darin gefunden. Geld und Kreditkarten fehlen. Man ist erleichtert, denn sie ist nicht drin. Doch sie war noch immer verschwunden und wir wussten nicht, wo wir suchen sollten. Kriminaltechniker untersuchen das Auto auf Spuren. Sie finden weder Blut noch fremde Fingerabdrücke, sichern am Lenkrad aber Hautzellen. Abstriche vom Lenkrad aus Katies Auto wurden uns ins Labor geschickt und auf DNA untersucht. Wir fanden eine DNA-Mixtur von zwei Personen. Eine ist von Katie Freshly. Das andere DNA-Profil stammt vermutlich vom Mörder. Außer dem leeren Briefumschlag einer Bank finden die Ermittler nichts. Was Katie auch zugestoßen war, es geschah nicht im Auto. Die Polizei befragt Anwohner und Berufstätige in der Gegend. Ein Hausmeister sagt aus, er habe am Tag zuvor einen Mann beim Abstellen des Fahrzeugs gesehen. Ein Zeuge hat einen weißen Mann, circa 1,80 groß, vom Auto weggehen sehen. Er hat das Auto dort abgestellt, ist ausgestiegen und gegangen. Die Schlüssel hat er in den Wagen fallen lassen und ihn unverschlossen zurückgelassen. Die Beamten suchen das Gebiet zwischen Katies letztem Auftragsort und dem Parkplatz ab. Detective Misucci sucht dabei auch am Ufer des Hillsborough River. Ich habe das Wasser mithilfe meiner Taschenlampe abgesucht und sah flüchtig etwas Weißes. Ich schaute noch einmal genauer. Es dauerte Minuten, bis ich begriff, was es war. Es schien ein BH zu sein. Ich konnte ein Stück Träger erkennen. Mir war sofort klar, dass wir hier etwas Tragisches finden. Schnell werden die Befürchtungen aller bestätigt. Es ist Katie Freshly. Ich brach zusammen. Das war, als wäre ich in den Magen geboxt worden. Ich sackte zusammen und fiel zu Boden. Ich konnte es nicht glauben. Katie hat ca. 30 Stunden im Wasser gelegen. Es scheint, als sei sie sexuell missbraucht worden. Das passiert uns doch nicht. Das passiert nur anderen Menschen. Wir lesen nur in der Zeitung darüber und sehen es im Fernsehen. Doch das passiert uns nicht. Die Autopsie enthüllt einen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand auf Katies Hinterkopf. Es war offensichtlich kein Ertränken. Sie ist erst ermordet und dann ins Wasser geworfen worden. Es bleibt aber die Möglichkeit, dass sie noch gelebt hat, als sie ins Wasser kam. Das kann ich nicht ganz ausschließen. Die Rechtsmedizinerin findet am Schädel von Katie eine geformte Verletzung. Es ist eine sehr charakteristische Spur einer Waffe zurückgeblieben. Eine kreisrunde Verletzung. Ich glaube, so etwa 1,2 Zentimeter groß. Häufig findet man bei der Obduktion Verletzungen, die geformt erscheinen. Und die können dann unter Umständen auch das Tatwerkzeug widerspiegeln. Z.B. bei Messerstichverletzungen die typische geformte Struktur der Hautverletzung. Oder aber bei anderen geformten Gegenständen Hammer oder Ähnliches können geformte Strukturen auf der Haut sich widerspiegeln. Joyce de Jong berichtet den Beamten, dass die Wunde von der Tatwaffe stammt und zu ihrer Identifizierung beitragen könnte. Für den Rechtsmediziner ist es wichtig, dass die Polizei die Tatwaffe zur Verfügung stellt, um einen Abgleich machen zu können zwischen dem Befund an der Haut, den man gesehen hat, und mit dem Tatwerkzeug, ob das in Einklang zu bringen ist, um eben auch zu beweisen, dass dieses Tatwerkzeug eingesetzt worden ist und diese Verletzung erzeugt hat. Die Untersuchung auf Vergewaltigungsspuren bleibt erfolglos. Als nächstes wollen die Ermittler herausfinden, wie weit Katies Leiche im Hillsborough River getrieben ist, bevor die Polizei sie gefunden hat. Das könnte den Tatort verraten. Die Formel zur Berechnung ist denkbar einfach. Anhand der Dauer, die die Leiche im Wasser gewesen ist, kann man die zurückgelegte Strecke berechnen, wenn man die Geschwindigkeit der Strömung kennt. Einen großen Schritt nach vorn machen die Ermittler, als sie herausfinden, dass es wenige Kilometer Strom aufwärts eine Schleuse gibt. Wenn sie sich öffnet, erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit deutlich. In den 28 Stunden zwischen Katies Ablage im Wasser und ihrem Auffinden waren die Schleusen geschlossen. Das bedeutet, dass Katies Leiche dort ins Wasser gelegt wurde, wo man sie gefunden hat. Von dem Moment, an dem Katie Freshleys Leiche im Hillsborough River gefunden worden ist, behandelt die Polizei das Haus 1503 in the Mulberry Street als möglichen Tatort. Es steht nur 30 Meter vom Fundort der Leiche entfernt. Das dort wohnende Paar ist geschockt von den Ereignissen. Sie geben an, zum Zeitpunkt des Mordes am Freitagnachmittag nicht dagewesen zu sein. Diese Leute hatten gar nicht mitbekommen, was möglicherweise in ihrem Haus passiert war. Wie es um einen emotionalen Zustand zu dieser Zeit bestellt war, kann ich nicht sagen. Ich weiß aber, dass ich nicht so besorgt war wie meine Freundin. Ich bin mehr Realist. Was immer auch geschehen ist, lag außerhalb meiner und ihrer Kontrolle. Man muss entspannen und den Dingen ihren Lauf lassen. Das Haus ist gemietet und der Vermieter hatte Katies Firma beauftragt, sich das Loch im Dach anzuschauen. Auf der Suche nach der Wahrheit befragt Katies Vater Jeff den Vermieter persönlich. Er sagte, dass er sie zwar dorthin geschickt, sie aber nie persönlich gesehen oder mit ihr gesprochen hätte. Er agierte in verdächtiger Art und Weise. Doch der Vermieter präsentiert ein Alibi. Er hat über die meiste Zeit des Tages, an dem Katie verschwand, einen Mitarbeiter an seiner Seite. Wir glauben, dass der Vermieter seinen Mieter nicht gesagt hat, dass an diesem Tag Katie oder jemand anderes vorbeikommt. Auf der Suche nach Verdächtigen überprüfen die Ermittler Katies Kreditkartenaufzeichnungen. Womöglich hat jemand nach dem Mord Geld abgehoben. Es ist ein Schuss ins Blaue, denn nur wenige Kriminelle sind so ungeschickt. Sie waren es. Vier Versuche haben sie gestartet, von denen nur eine erfolgreich war. Das brachte uns auf eine ganz neue Spur von Beweisen. Die Beamten besuchen jeden Ort, an dem Katies Kreditkarte benutzt worden ist. Einer ist ein Lebensmittelladen, dessen Überwachungsvideos einen weißen, ca. 1,80 Meter großen Mann zeigen. Laut dem Besitzer des Ladens hat der Kunde behauptet, die Karte gehöre seiner Freundin. Doch anstatt mit Katies Namen zu unterschreiben, unterzeichnet er mit seinem eigenen. Es ist Jason Funk, der Mieter des Hauses in der Mulberry Street. Wir waren alle überrascht aufgrund solcher Dummheit. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was er gedacht hat, wie er mit so etwas offensichtlich Dummem davon kommen will. In Jasons Garten entdecken die Ermittler etwas, das aussieht wie eine Feuerstelle. Darin liegen verbrannte Teppichstücke und eine verkohlte Gürtelschnalle. Sie stimmte in Aussehen und Größe mit der überein, die Katie am fraglichen Tag getragen hatte. Die Ermittler gehen ins Haus. Dort finden sie an einem Türrahmen etwas, das aussieht wie Blut. Und an der Deckenvertäfelung scheinen Blutspritzer zu sein. An diesem Ort traf mich die Erkenntnis, dass ich genau da stand, wo Katie Freshly gestorben war, von wo aus ihr Blut nach oben gespritzt war. Die Ermittler finden außerdem einen Mautsender, der auf Katie registriert ist, und eine Visitenkarte in einem Regal über dem Ofen. Und er behauptet, ich habe sie nie getroffen, ich habe sie nie gesehen. Und trotzdem ist ihre Visitenkarte im Haus. Das ist, als wenn man eine Nachricht hinterlässt. Gott sei Dank. Dann befolgen die Ermittler den Rat der Rechtsmedizinerin und suchen nach einem Gegenstand, der die Tatwaffe sein könnte. Im Wohnzimmer werden sie fündig. Ein 1,20 Meter langer Motorradschalldämpfer. Er war gesäubert. Es gab keine erkennbaren Fingerabdrücke und keine Blutspuren. Am Ende des Schalldämpfers befindet sich eine runde Montagehalterung. Man benötigt diese Montagehalterung, um den Schalldämpfer am Motorrad zu befestigen. Die Halterung wird vermessen und anschließend auf Fotos von Katies tödlicher Verletzung gelegt. Der äußere Rand der Halterung entspricht exakt der Größe von Katies Wunde am Kopf. Der runde Teil des Schalldämpfers hatte exakt die Größe der Wunde an ihrem Kopf und unterstrich glaubwürdig, dass dies die Tatwaffe war. Während der Vernehmung bemerken die Ermittler etwas auf Jason Funks Tonschule. Als die Ermittler Funk vernahmen, entdeckten sie Blutstropfen auf seine Nikes. Ein Schnelltest beweist, es ist menschliches Blut. Dann erinnern sich die Ermittler an den Briefumschlag aus Katies Auto und besprühen ihn mit Nynhydrin. Sie finden mehrere perfekte Fingerabdrücke. Sie stammen von Katie und von Jason Funk. Das war der wissenschaftliche Beweis, dass Jason Funk in Katrina Freshlys Auto war. Jason Funk bestreitet weiterhin etwas mit dem Fall zu tun zu haben. Er behauptet zur Zeit des Mordes, Jetski gefahren zu sein. Wenn ich zu Hause und nicht beim Jetski fahren gewesen wäre, wer könnte behaupten, ich hätte nicht alles versucht, das Geschehene zu verhindern. Es gibt nicht einen Bereich in meinem Leben, der nicht durch ihren Tod beeinflusst worden ist. Keinen. Arbeit, Urlaub, Sport, Spaß, Freizeit. Sie hinterlässt ein großes Loch in meinem Leben. Katie war so eine fröhliche, glückliche, vernünftige Person. Unersetzbar. Das sind alle Opfer. Sie war es für mich. Die Ankläger sind sich sicher, dass sie beweisen können, dass Jason Funk Katie Freshly getötet hat. Funk ist bereits in der Vergangenheit wegen mehrerer Übergriffe auf Frauen verurteilt worden. Zwei Tage vor dem Mord an Katie hat er zudem seinen Job verloren. Sie hatten Geldprobleme. Sie hatten das meiste Ersparte für die Mietkaution des Hauses ausgegeben. Ich denke, Geldgier war sein Motiv. Das ist jedenfalls meine Vermutung. Die Ermittler wissen, dass Katie am Haus der Funks angekommen ist, da sie das ihrer Kollegin am Telefon gesagt hat. Vermutlich ist es Jason, der sie in Empfang nimmt. Katie geht ins Haus, um sich den Schaden am Dach anzuschauen. Jason ist allein, seine Freundin Pam ist bei der Arbeit. Die Ankläger vermuten, Jason hat Katie sexuelle Avancen gemacht. Dafür gibt es aber keine Beweise. Bewiesen ist jedoch, dass er den Motorradschalldämpfer nimmt und Katie auf den Hinterkopf schlägt. Das hinterlässt Blutspritzer an seinen Turnschuhen und an der Decke. Als er das Haus mit der Leiche verlässt, streift diese einen Türrahmen. Das Grundstück liegt versteckt genug, sodass Funk die Leiche ungesehen in den Fluss werfen kann. Er stellt das Fahrzeug auf einem abgelegenen Parkplatz ab. Vorher berührt er noch den Briefumschlag von der Bank und entwendet Katies Bargeld und Kreditkarte. Dann verbrennt er den blutbefleckten Teppich aus dem Wohnzimmer und Katies Kleidung, um Beweise zu vernichten. Jason reinigt auch die Tatwaffe, hinterlässt aber dennoch eine Menge anderer Beweise. Ihre Kreditkarte zu benutzen, aber mit dem richtigen, eigenen Namen zu unterschreiben, ist ein Klassiker. Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort und wurde Opfer von etwas, was es eigentlich nicht geben sollte. Dieser Fall ist unglaublich. Ich persönlich möchte von allen Leuten eigentlich nur das Beste denken. Doch das ist manchmal schwer, wenn man mitbekommt, was für Dinge passieren. Sechs Monate nach dem Mord beendet das Kriminallabor seine DNA-Untersuchungen. Das Blut im Haus und von Jasons Tonschuhen stammt von Katie Freshly. Die Hautzellen am Lenkrad von Katies Auto stammen von Jason Funk. Wir haben für die Ermittler ein Stück des Puzzles zusammengesetzt. Wir konnten DNA des Opfers am Tatort finden. Und wir konnten Opfer-DNA an der Kleidung des Täters nachweisen. Aus Angst vor der Todesstrafe gesteht Jason Funk den Mord und wird im Gegenzug zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Ich denke, es ist im Ganzen eine Tragödie. Eine Tragödie für ihn, für unsere Tochter, eine Tragödie für uns und für seine Familie. Jason Funk behauptet trotz des Geständnisses, nichts mit dem Mord zu tun zu haben. Lediglich aus Angst vor der Todesstrafe hätte er gestanden. Die forensischen Beweise widerlegen das. Die Kriminaltechnik spielte die entscheidende Rolle, um den Mörder zu verurteilen. Sie alle haben tolle Arbeit geleistet. Wir sind für immer dankbar dafür, was sie getan haben. Er hat es während der ganzen Zeit konsequent abgestritten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ohne die Kriminaltechnik wären sie nicht in der Lage gewesen, ihn zu verurteilen. Eine kleine texanische Gemeinde trauert über den Tod eines außergewöhnlichen Athleten und Schülers. Ohne Zeuge gibt es nur wenig Hoffnung, den Mörder zu finden. Doch dann liefern kleinste Farbpartikel und Plastikteilchen mehr Beweise, als es ein Zeuge je könnte. San Antonio ist eine der am schnellsten wachsenden Städte in Texas. Das bedingt eines der kompliziertesten Highway-Systeme im ganzen Land. Zunehmender Verkehr bedeutet in den meisten Fällen aber auch eine zunehmende Unfallopferzahl. Eines dieser tragischen Opfer ist ein Teenager, der eines Morgens nahe des Highway 281 gefunden wird. Niemand hat es verdient, allein am Straßenrand zu sterben. Und wenn man auch die letzten Atemzüge nur im Beisein eines Fremden macht. Es scheint, als sei das Opfer frontal von einem Fahrzeug erfasst worden. Die Abschürfung der Person, das Fehlen einer Socke und das Herunterrollen von der Straße, das alles entsprach einem Zusammenstoß mit einem Auto. Die Schuhe des Jungen werden zusammen mit einer Socke auf dem Highway 281 gefunden. Bei einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw einen Fußgänger mit hoher Geschwindigkeit erfasst, wird der Fußgänger als Folge der Kollision ebenfalls auf die Geschwindigkeit des Pkw beschleunigt. Hieraus resultieren schwerste Verletzungen des Fußgängers an den unteren Extremitäten, also an den Beinen, im Hüftbereich und insbesondere auch am Kopf. Häufig ist es so, dass der Fußgänger bei der Kollision förmlich aus den Schuhen herausgerissen wird, sodass auch Schuhe vom Fußgänger in deutlicher Entfernung vom Kollisionsort wiedergefunden werden. Die Ermittler finden keine Hinweise auf die Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Man kann keine generelle Aussage zur Geschwindigkeit machen, auch wenn das Opfer aus den Schuhen gerissen worden ist. Das ist normal bei solchen Unfällen. Die Polizei identifiziert das Opfer als den 17 Jahre alten Raphael Garcia. Er ist Footballspieler und herausragender Student an der Southside High School in Texas. Ich war geschockt und dachte, das sei ein Traum, aus dem ich nicht mehr aufwachen kann. Ich habe noch am Tag zuvor mit ihm gesprochen. Er sagte, ja, ich werde zum Footballtraining kommen. Und ganz plötzlich ist er tot. Raphael ist eines von sechs Kindern, die alle von ihrer alleinstehenden Mutter erzogen werden. Sie sind arm, weshalb Raphael am Wochenende arbeiten geht, um die Familie zu unterstützen. Mike Harrison ist Rafaels Footballtrainer. Er hat der Mannschaft die Nachricht von Rafaels Tod überbracht. Eine der härtesten Aufgaben eines Lehrers und Trainers ist es, vor eine Gruppe junger Männer zu treten und ihnen mitzuteilen, dass einer ihrer Mannschaftskollegen nicht mehr lebt. Die Kinder waren am Boden zerstört und weinten viel. Über zehn Tage war das pure Emotion. Aufgrund der Körpertemperatur und des Grades der Leichenstarre vermuten die Ermittler, dass Raphael gegen Mitternacht getötet worden ist. Da der Unfall von niemandem gemeldet wird, gilt er offiziell als Unfall mit anschließender Fahrerflucht. Auf dem Highway finden die Beamten Hinweise, wo Raphael während des Aufpralls gestanden hat. Aufgrund der Trümmer war klar, dass Raphael sich tatsächlich am Straßenrand befunden hat. Es gibt keine Hinweise darauf, dass er auf der Fahrbahn oder nah an der Fahrbahn gegangen ist. Es gibt keine Bremsspuren. Der Fahrer hat also weder vor noch nach dem Unfall versucht zu stoppen. Bei Verkehrsunfällen, die sich außerorts ereignen, wo keine externe Straßenbeleuchtung vorhanden ist, wird die Fahrbahn lediglich durch die Scheinwerfer des Pkw ausgeleuchtet. Dann kann ein nun gekleideter Fußgänger frühestens ab einer Entfernung von etwa 35 Meter erkannt werden. Die Abwehrzeit, die dann dem Pkw-Fahrer noch verbleibt, wird bei höheren Geschwindigkeiten bereits durch die Reaktionszeit aufgezehrt, so dass der Pkw-Fahrer im Prinzip keine Möglichkeit mehr hat, vor der Kollision noch eine Abwehrhandlung durchzuführen, die sich dann in Bramsspuren auf der Fahrbahn dokumentiert. Die Ermittler finden dennoch etwas auf dem Seitenstreifen und im Gras. Glas- und Plastiksplitter und sieben winzige rote Färbplättchen. Auch ein zerbrochener Außenspiegel liegt dort. Alle Spuren sind frisch. Neue Splitter vom aktuellen Unfallgeschehen unterscheiden sich von alten Splittern dadurch, dass diese Teile nicht von einer Staubschicht benetzt sind. Ältere Splitter, die beispielsweise im Randbereich liegen, weisen immer eine solche Staubschicht auf. Diese Beweise an einem stark befahrenen Straßenabschnitt zu finden, ist eine Aufgabe für sich. Doch die Ermittler sind wenig optimistisch, denn die meisten Unfälle mit Fahrerflucht bleiben ungelöst. Ein Auto ist involviert, aber fast jedermann besitzt eins. Das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuerhaufen. Über 100 Personen kommen zur Beerdigung von Rafael Garcia. Für Ralf stand seine Ausbildung an erster Stelle noch vor Football. Es gab eine Zeit, er ging ja nicht zum Training, weil er spät noch Aufgaben machen musste. Er war ein lieber Mensch. Es sind so viele Leute gekommen. Wir werden ihn vermissen. Wir wollen, dass die Person, die das getan hat, die Konsequenzen dafür trägt und nicht mit dem Mord davon kommt. Die Autopsie ergibt, dass Rafael sich am Schädel einen Bruch und mehrere stumpfe Verletzungen im Gesicht zugezogen hat. Das deutet an, dass er auf das Fahrzeug zugegangen ist, als er getroffen wurde. Findet man bei einem Unfallopfer unter der Obduktion hauptsächlich Verletzungen auf der Körpervorderseite, sprich Gesicht, Brustkopfvorderseite, sprich das dafür, dass diese Person von vorne angefahren worden ist. Typischerweise werden die Personen von dem PKW aufgehebelt, teilweise abgeworfen und werden dann zu Boden geschleudert oder aber auch mitgeschliffen. Das ist wichtig für die Rekonstruktion, um sagen zu können, wie die Person, vor allem in welcher Position, sich die Person befunden hat zum Zeitpunkt des Anstoßes. Dazu passend findet der Rechtsmediziner große geformte Unterblutungen an Rafaels Oberschenkeln. Sie sehen so aus, als könnten sie vom Kühlergrill eines Trucks oder SUVs stammen. Es war eine geformte Verletzung. Ein Teil des Kühlergrills traf den rechten Oberschenkel. Wahrscheinlich ist Raphael seitlich über das Fahrzeug geschleudert worden. Ein anderer Teil des Kühlergrills traf den linken Oberschenkel. Toxikologische Tests auf Alkohol und Drogen sind negativ. Doch warum geht Raphael nachts allein auf dem Highway 281 spazieren? Die Ermittler finden heraus, dass Raphael von einer Freundin, so gegen 22 Uhr, vor seinem Haus abgesetzt worden ist. Die Freundin sagt aus, dass Raphael aber nicht hineingegangen sei, sondern in Richtung Highway 281. Es war bekannt, dass er gerne zu so einem kleinen Laden ging, wie es sie auf dem Land häufig gibt. Er hatte kein Auto, deshalb ging er gewöhnlich zu Fuß dorthin. Raphael wurde nur wenige hundert Meter von zu Hause entfernt, überfahren und getötet. Die einzigen Hinweise auf die Identität des Fahrers liefern die kleinen Glas- und Plastik-Splitter, sowie die rote Farbe. Die Splitter stammen vermutlich vom Scheinwerfer und dem Blinker. Detective Jose Trevino hat in der Autoindustrie gearbeitet, bevor er zur Polizei ging. Er interessiert sich vor allem für den Außenspiegel mit integrierten Heizstäben, der in der Nähe von Raphaels Leiche gefunden worden ist. Ich erkannte das Chrysler-Emblem. Was bedeutete, dass das Fahrzeug ein Chrysler war. Durch die Überprüfung der Teilenummer erfahren die Beamten, dass der Spiegel von einem Dodge Ram Pickup Truck stammt, der zwischen 1999 und 2002 gebaut worden ist. Den meisten Leuten außerhalb der Autoindustrie sagen diese Nummer nicht viel. Für einen Ingenieur sind diese Codes Identifikationen, wie ihre Sozialversicherungsnummer oder DNA. Obwohl diese Tatsache die Suche etwas eingrenzt, gibt es dennoch eine Vielzahl dieser Fahrzeuge. Es schien die Suche der Nadel im Heuhaufen zu sein, denn ein Dodge Pickup Truck ist in Texas ein gewöhnliches Auto. Durch den Produktionszeitraum wurde die Anzahl zwar etwas verkleinert, dennoch gibt es sehr viele. Ich dachte, es ist unmöglich, das Auto zu finden. Im Jahr 2000 haben wir allein in Texas 33.000 Dodge Ram Pickup Trucks verkauft. Und das war nur ein Modell von sechs oder sieben, die wir produzierten. Ein bisschen können die Ermittler den Kreis der Autos noch verkleinern, denn der gesuchte Dodge Ram ist rot. Rafaels Mannschaftskameraden bieten an, bei der Suche nach dem Fahrzeug zu helfen. Die führende Kraft dabei war unser Abwehrkapitän Gilbert Gossets. Er spielte Middle Linebacker und war sehr eng befreundet mit Rafa. Er sagte, so lassen wir ihn nicht davonkommen, wir müssen etwas herausfinden. Es täte mir leid für den Fahrer, wenn wir ihn finden. Aber er hat einen unserer Brüder getötet, wir sind eine Familie. Die Polizei wendet sich an die Medien, informiert Fahrzeugwerkstätten und bittet die Bewohner, Ausschau zu halten, nach einem roten Dodge Pickup Truck mit beschädigter Front. Seltsamerweise wird in keine Werkstatt ein roter Truck zur Reparatur gebracht. Die Ermittler bitten alle Polizeibehörden im Land, bei der Suche nach dem Truck behilflich zu sein. Der erste echte Hinweis kommt jedoch von einem Klassenkameraden Rafaels. Er sagte, dass der Freund seiner Mutter in der Nacht des Unfalls nach Hause kam und meinte, er hätte ein Reh auf dem Highway angefahren und die Polizei hätte ihn erwischt. Der Freund sei dann verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. Der Freund heißt Robert Huffman, ein 49-jähriger Bauarbeiter. Zulassungspapiere beweisen, dass er einen roten Dodge Pickup Truck Baujahr 2000 fährt. Laut Huffmans Freundin ist er am Morgen nach dem Unfall verschwunden und seitdem nicht mehr aufgetaucht. Die Zeit drängt, wenn man versucht, ein Verbrechen aufzuklären. Wenn ein Auto das größte Beweisstück ist und es da draußen herumfährt, bedeutet das, dass man stetig Beweismaterial verliert. Erschwert wird die Suche, da Huffman weder Kredit- noch EC-Karten besitzt und auf diesem Weg sein Aufenthaltsort nicht herausgefunden werden kann. Man sollte bei solchen Fällen nie die Hoffnung verlieren. Denn man weiß nicht, welche Informationen man überraschend erhält, wer anruft, was Jahre später noch herausgefunden wird. Liefert jemand den entscheidenden Hinweis auf Robert Huffman? Der Tannenbaum sitzt am Tisch. Fehlt nur noch das Weihnachtsmenü. Bröche mit Kartoffelschuppen? Hm, nein. Grilde in Hetzlar. Am 4. Advent 20.15 Uhr. Wachs. Smarva.de vergleicht Kredite von über 20 Banken. Zum Beispiel unglaubliche minus 0,4% bei 1000 Euro. Wenn Kredit, dann... Wir bei Leo Vegas gehen auf Nummer sicher, um dir Deutschlands bestes Online-Spielautomaten-Erlebnis zu garantieren. Hol dir noch heute dein Willkommenspaket mit 4 Einzahlungsboni und 200 Freispielen. Auf der sicheren Seite spielen. Das Angebot gilt nur für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein. Kerstin Ott. Ich muss dir was sagen. Jetzt als Platinedition. Ich hab's wirklich versucht. 2021 auf großer Deutschland-Tour. Kerstin Ott. Ich muss dir was sagen. Mit 6, 9 Songs. Jetzt überall. Grilde in Henssler. Wer kocht bei euch Weihnachten? Personal. Klar, normal. Bei uns ist das Chefsache. Uh, 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 streng dich an. Deine ersten Gedanken? Äh, Entschuldigung. Für die Jury. Wir brauchen Opfer, wir brauchen Opfer. Eine schöne Bescherung. Es stinkt wie Hundefutter. Zum Glück muss ich nicht essen. Das sah ja auch noch nicht mal gut aus. Grilde in Henssler. Das Weihnachtsmenü. Sonntag, den 4. Advent. Lachs. Nasahan. Hast du die verlaufen? Das Dschungelcamp-Casting ist nebenan. Bei uns wird jeder geröstet. Täglich frisch geröstet. Die neue Late-Night-Show. Produziert von Stefan Raab. Jetzt auf TV-Now streamen. Der Hauptverdächtige im Todesfall Raphael Garcia ist Robert Huffman. Der Bauarbeiter besitzt ein Fahrzeug des Modells, das die Polizei sucht. Die Überprüfung von Huffmans Strafregister ergibt, dass er zweimal wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt worden ist und eine zweijährige Haftstrafe wegen eines bewaffneten Angriffs abgesessen hat. Die Veröffentlichung über die Medien führt zu einem anonymen Hinweis. Huffman soll sich am Abend des tödlichen Unfalls in einer Bar aufgehalten haben. Als die Medien die Beschreibung des Trucks veröffentlichten, rief sie an. Sie sagte, sie sei sicher, dass er an dem Abend in der Bar gewesen sei. Er wäre zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr mit einem großen roten Truck in Richtung Highway gefahren. Dorthin, wo Raphael getötet wurde. Huffman hat die Stadt sofort nach dem Unfall verlassen. Und niemand weiß, wohin. Ich muss sagen, das ist herzlos. Zu wissen, dass man jemanden getötet hat und sich einfach absetzen. Ich vermute, es hat ihn nicht interessiert, dass das seine ganze Familie betrifft. Wochenlang gibt es keinen Fortschritt. Erst drei Monate später erhalten die Ermittler einen weiteren Hinweis. Er kommt von einem Polizeibeamten aus dem 1000 Kilometer entfernten Sumner County, Tennessee. Ihm ist ein roter Pick-up-Truck mit texanischem Nummernschild auf einem Motel-Parkplatz aufgefallen. Ein Mann, auf den Huffmans Beschreibung passt, hat im Motel unter anderem Namen eingecheckt. Er nannte sich Robert Hockum, welches nicht sein richtiger Name war, wie er später den Beamten gegenüber zugab. So hielten sie ihn zuerst wegen Angabe eines falschen Namens fest. Huffman bestreitet jegliche Verwicklung in den tödlichen Unfall von Raphael Garcia und behauptet erneut, er hätte ein Reh angefahren. Als die Ermittler sich sein Fahrzeug anschauen, fällt ihnen auf, dass der linke Scheinwerfer genauso intakt ist, wie das Blinklicht. Nach über zweieinhalb Monaten und der Fahrt nach Tennessee waren keine forensischen Beweise mehr zu erwarten. Doch die Ermittler haben die sieben roten Farbsplitter vom Unfallort. Ist es denkbar, dass sie von Huffmans Truck stammen? Martinez vermisst die sieben Farbplättchen. Jedes ist ungefähr einen Zentimeter lang. Dann entdecken die Ermittler etwas Entscheidendes. In der Nähe der Stoßstange des Trucks gibt es Stellen, an denen die Farbe fehlt. Und so startet Martinez den Versuch, die Farbplättchen den Kratzern am Auto zuzuordnen. Ich war mir nicht sicher, ob man sie auf besondere Weise zuordnen konnte. Es war fast wie ein Spiel. Ich versuchte ein Teilchen zu finden und es in den Bereich des Fahrzeugs einzusetzen, aus dem es stammte. Die Teile sind gezackt. Genauso wie das Metall am Truck. Unglaublicherweise kann Martinez die Farbsplitter Huffmans Truck zuordnen. Sie passen perfekt. Eine reale Übereinstimmung ist die sicherste Sache in der Kriminaltechnik. Ihre Beweiskraft ist enorm hoch. Es gibt keine Statistiken, in denen steht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass zwei Teile in derselben Art und Weise absplittern. Das ist die einzige Sache in der Kriminaltechnik, die hundertprozentig sicher ist. Besser sogar als DNA. Der Farbsplitter passte perfekt. Das ist ein Volltreffer am Ende eines Spiels. Dennoch sind die Ermittler verwundert. Wenn Huffmans Fahrzeug Raphael Garcia getroffen hat, warum sind Scheinwerfer und Blinker nicht beschädigt? Die Antwort auf diese Frage finden Sie in seinem Schuppen in Texas. Wir gingen zu Robert Huffmans Haus in seinen Schuppen und fanden einen 95er Dodge Truck, bei dem auf der Beifahrerseite der Blinker fehlte. Offensichtlich besitzt Huffman zwei Pickup-Trucks. Interessanterweise ist das 95er Modell dem roten 2000er sehr ähnlich. So ähnlich sogar, dass Form und Größe der Scheinwerfer beider Trucks identisch sind. Die Länge, die Breite, die Tiefe und auch die Montagepunkte, alles stimmte überein. Wir nahmen ein 2000er Modell, bauten den Scheinwerfer aus und den vom 95er Modell wieder ein. Er passte perfekt. Trotz dieser Beweise ist der Fall noch nicht gelöst. Die Ankläger müssen erst noch beweisen, dass Huffman auch gefahren ist. Bei Unfällen mit Fahrerflucht ist das Finden des Fahrzeugs nur die halbe Miete. Es muss bewiesen werden, welche Person gefahren ist. Und das muss nicht immer zwangsläufig der Besitzer gewesen sein. Rafaels Freundin sagt aus, sie hat das spätere Opfer gegen 22 Uhr bei sich zu Hause abgesetzt. Doch Raphael geht nicht hinein, sondern bewegt sich in Richtung Highway 281. Vermutlich will er zu einem kleinen Laden, der nur wenige hundert Meter entfernt liegt. Eine Bedienung aus einer Bar gibt zu Protokoll, dass Huffman an dem Abend getrunken hat und zwischen 22.30 Uhr und 23.00 Uhr gegangen ist. Huffman wird beobachtet, wie er in seinen roten Pickup-Truck steigt und Richtung Highway 281 fährt. Raphael geht vermutlich zur selben Zeit auf dieser Straße in nördliche Richtung. Die kriminaltechnischen Beweise belegen, dass Huffmans Truck einen Schlenker von der Straße auf den Seitenstreifen macht und dabei Raphael trifft. Das Opfer fliegt 15 Meter weit die Böschung hinab und ist sofort tot. Es gibt keine Bremsspuren. Die Ankläger vermuten, dass Huffman nicht einmal angehalten hat. Doch kleine Glas- und Plastik-Splitter sowie ein Außenspiegel bleiben zurück. An ihnen können die Ermittler Hersteller Modell und Farbe des Fluchtautos identifizieren. Als Huffman nach Hause kommt, erzählt er seiner Freundin, dass er ein Reh angefahren hat. Er wechselt den zerstörten Scheinwerfer gegen einen intakten von seinem anderen Truck. Am nächsten Tag fährt er 1000 Kilometer nach Tennessee in der Hoffnung, der Fall gerät irgendwann in Vergessenheit. Was er nicht weiß, Polizeieinheiten im ganzen Land halten Ausschau nach ihm. Alles war auf ihn ausgerichtet, denn nur alle kleinen Beweisstücke zusammen machten den Fall so eindeutig. Nur so wurde alles klar. Die Farbsplitter vom Unfallort passen perfekt zu Huffmans Truck und Raffaels Verletzungen zur Höhe des Kühlergrills. Man kann die Höhe vom Kühlergrill des Trucks mit der Höhe der Unterblutungen an Raffaels Oberschenkel vergleichen. Sie passen nahezu perfekt. Im Februar 2006 wird Robert Huffman wegen unterlassener Hilfeleistung nach einem Unfall angeklagt. Aufgrund seiner vorherigen Alkoholvergehen wird er zur Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Er hat nie gestanden, nie Reue gezeigt und war sogar empört darüber, dass er für dieses Vergehen angeklagt wurde. Die Ermittler sind überzeugt, dass dieser Unfall mit Fahrerflucht ohne die Kriminaltechnik nicht aufgeklärt worden wäre. Eine hundertprozentige Übereinstimmung zu finden ist selten. Dadurch einen Fall zu lösen und eine Verurteilung zu erreichen, ist noch seltener. Das zeigt die Entschlossenheit der Ermittlungsbehörden, keinen Stein unberührt zu lassen, sich den Tatort genau anzuschauen. Beim Sichern der Beweise ist gute Arbeit geleistet worden. Das hat dem Fall weitergeholfen. Die Wahrscheinlichkeit ist eins zu einer Million. Ein Wunder. Dank der Gnade Gottes haben sie ihn gefunden. Zwei Augenzeugen beobachten einen Mann, der mit seinem Pickup-Truck vorsätzlich jemanden überfährt. Die Polizei kann weder das Opfer noch den Wagen finden. Und als sie die beiden Augenzeugen ein weiteres Mal vernehmen will, sind auch die verschwunden. Was den Ermittlern bleibt, sind zwei Blutflecken im Schnee. Aber wird das genug sein, um einen Mord zu beweisen? Am 29. Januar 2001 ruft in Duluth, Minnesota, das Mitglied einer Motorradgang bei der Polizei an und meldet seinen 27-jährigen Mitbewohner Eric Schriefer als vermisst. Er behauptet, Schriefer in den letzten vier Tagen nicht gesehen zu haben und sich Sorgen zu machen. Gewöhnlich passiert das nicht so. Personen, die eine Vermisstenmeldung machen, rufen panisch innerhalb der ersten sechs bis acht Stunden an. Ermittler Ryan Temple wird mit dem Fall beauftragt. Ich habe versucht, alle Krankenhäuser und Gefängnisse in der Gegend zu kontaktieren. Ich habe in der Drogenentzugsklinik und bei der Familie nachgefragt. Bei der Mutter, dem Vater und auch bei seinem Arbeitgeber habe ich angerufen. Doch niemand hat etwas gehört. Eric Schriefer arbeitet als Lehrling bei der Heizungsbaugewerkschaft. Eric war sehr ruhig, zurückhaltend und ein sehr guter Arbeiter. Aber auch zur Arbeit ist er nicht erschienen. Die Polizei findet Schriefers drei Autos in seiner Einfahrt, seine Brieftasche und seinen Wintermantel im Haus. Die Ermittler finden heraus, dass Schriefer zuletzt auf einer Party im Clubhaus des Motorradvereins gesehen worden ist. Charlie Johnson und Herbert Sengel sind Mitglieder des Clubs, die auch auf der Party gewesen sind. Sie sagen aus, dass Schriefer mit Joseph Waymanen, einem weiteren Mitglied des Vereins, eine tätliche Auseinandersetzung gehabt hat. Die beiden Kampfhähne werden voneinander getrennt und vor die Tür gebracht. Dort setzen sie die Schlägerei fort. Die Augenzeugen berichten, dass Waymanen den Kampf mit Leichtigkeit gewinnt. Während Schriefer noch am Boden liegt, macht Waymanen etwas Unglaubliches. Er steigt in seinen Truck, startet den Motor und überfährt Schriefer. Die erste Attacke überlebt das Opfer. Doch Waymanen legt den Rückwärtsgang ein und überfährt Schriefer ein zweites Mal. Aus Angst um ihre eigene Sicherheit flüchten die Zeugen wieder ins Clubhaus. Als sie das nächste Mal nach draußen sehen, sind sowohl der Truck als auch Schriefer verschwunden. Es ging bei dieser Geschichte um mehr als nur um eine vermisste Person. Die Zeugen geben zu, an dem Abend sehr viel getrunken zu haben und sich deshalb nicht an alle Einzelheiten erinnern zu können. Zudem fand die angebliche Schlägerei bereits in der Woche zuvor statt und das Wetter erschwert die Ermittlungen zusätzlich. Das war schon vier Tage her und in der Zeit sind etwa 20 Zentimeter Neuschnee gefallen. Das erschwert die Arbeit am Tatort erheblich. Als wir dorthin kamen, war nicht viel zu sehen. Die Überprüfung von Waymanen ergibt, dass er weder Vorstrafen hat noch sonst aktenkundig ist. Er ist Veteran, hat im Golfkrieg gekämpft und ist passives Mitglied im Thunderbird Motorrad Club. Die Ermittler benötigen nun forensische Beweise, um die Aussagen der Augenzeugen zu bestätigen. Am Anfang mussten wir versuchen, den Fall zu rekonstruieren, um zu verstehen, was passiert war. Dann versuchten wir herauszufinden, wo die Leiche nach all dieser Zeit hingekommen sein könnte. Wir mussten also zuerst versuchen, das Puzzle zusammenzusetzen, bevor wir herausfinden konnten, wo die Leiche war. Die Ermittler bauen in der Straße, in der die Schlägerei angeblich stattgefunden hat, eine Kommandozentrale auf. Bei Temperaturen um minus 30 Grad werden die Schneelagen abgetragen, in der Hoffnung, Blutspuren zu finden. Sie werden fündig und entdecken eine Blutspur, die bis zum Ende eines Parkplatzes führt, fast 80 Meter entfernt. Am Ende dieser Spur befindet sich eine sehr große Blutlache im Schnee. Dr. Marc Benecke ist Kriminalbiologe und kann aus solch einer Blutspur Rückschlüsse auf den Tathergang ziehen. Wenn eine Wunde gesetzt wird, die mit relativ gleichmäßiger Geschwindigkeit blutet, kann man daraus etwas ableiten. Beispielsweise, wenn sich eine Blutspur ergibt, die am Ende in einer großen Lache endet, und das ist jetzt nicht gerade eine Kuhle, dann wird an dieser Stelle wohl die Person mal eine Zeit lang gelegen haben. Und wenn man dann aber weder die Person noch sonst irgendwelche weiterführenden Blutspuren findet, ist die Person da offensichtlich entfernt worden. Zum Beispiel aufgeladen, wegtransportiert. Aufgrund der großen Menge Blut, die wir an dem Ort gefunden haben, und der Tatsache, dass die Blutspur hier endet, nahmen wir an, dass der Körper in den Truck geladen wurde. Und die Menge des gefundenen Blutes lässt noch einen weiteren Schluss zu. Wenn man eine sehr große Blutmenge findet, kann man davon ausgehen, dass das Blut noch aus dem Körper gepumpt wurde. Normalerweise ist es so, dass Leichenblut zwar flüssig bleiben kann, aber es fließt nur mit der Schwerkraft. Das heißt, wenn ich nur kleinere Wunden habe, dann müssen die nach unten oder zumindest zur Seite gedreht sein, damit das Blut langsam heraussickern kann. Wenn das Ganze aber gar nicht so lange gedauert haben kann, muss der Kreislauf das Blut rausgepumpt haben. Wenn ich also eine große Lache finde, muss ich davon ausgehen, dass der Kreislauf noch funktionierte. Das heißt, die Person hat zumindest noch körperlich gelebt. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, blutet der Körper nicht mehr aktiv. Den Schleifspuren nachzuurteilen, ist das Opfer unter dem Fahrzeug eingeklemmt und ca. 80 Meter mitgeschleift worden. Die Blutlache am Ende der Spur deutet darauf hin, dass das Opfer noch gelebt hat und wegtransportiert wurde. Ein Rechtsmediziner teilt den Polizisten mit, dass das Opfer ohne sofortige medizinische Behandlung wahrscheinlich innerhalb von vier Stunden gestorben ist. Um das Blut zu sichern, benutzen die Ermittler einen gewöhnlichen Kaffeefilter. Blut im Schnee ist natürlich problematisch. Blut ist eine Flüssigkeit. Schnee ist gefrorenes Wasser, wird also auch zur Flüssigkeit, wenn man es auftaut. Um zumindest noch einige Spuren daraus zu kriegen, kann man es entweder, wenn es größere Spuren sind, durch irgendein Sieb laufen lassen oder durch ein Zellsieb. Das wäre ein Filter. Wenn man es ganz handfest machen möchte, kann man auch einen Kaffeefilter benutzen. In dem Filter bleiben dann auf jeden Fall Bestandteile der biologischen Spur, zum Beispiel des Blutes, übrig. Der Filter behält die roten und weißen Blutkörperchen zurück und lässt das Plasma und den Schnee durchlaufen. Das Prinzip entspricht dem Kaffeepulver, das auch nicht in den Kaffee läuft. Doch es gibt ein weiteres Problem. Wie kann bewiesen werden, dass es sich um Eric Schrievers Blut handelt? Die Ermittler haben Glück. Sie finden heraus, dass Schriefer Jahre zuvor an der Hand operiert wurde, nachdem er sich versehentlich angeschossen hat. Das Krankenhaus hat die Gewebeprobe aufgehoben, die zur Analyse ins pathologische Labor geschickt worden war. Das Gewebe wird in Paraffin aufbewahrt, durch das der Zersetzungsprozess gestoppt wird. So ist die Probe für immer haltbar. Die DNA vom Blut aus dem Schnee wird mit der aus den Gewebeproben verglichen. Sie sind identisch. Die Polizei überprüft alle Krankenhäuser, Kliniken und Arztpraxen in der Gegend. Niemand wurde dort mit der Art Verletzung behandelt, die Schriefer wahrscheinlich erlitten hat. Da der zuständige Rechtsmediziner überzeugt ist, dass Eric Schriefer solche Verletzungen unbehandelt nicht überlebt haben kann, stellt er den Totenschein aus. Ja, wir haben es mit einem Mordfall zu tun, und zwar mit der schwierigsten Art für einen Ermittler, ein Mord ohne Leiche. Als nächstes nehmen sich die Ermittler den Fahrer des Trucks vor, Joseph Waymanen. Doch der zeigt sich wenig kooperativ. Er hat mir die Tür ins Gesicht geschlagen. Da habe ich ihn am Hemdkragen gepackt und darüber informiert, dass er unter Mordverdacht steht und festgenommen ist. Die Beamten beschlagnahmen Waymanens Fahrzeug, doch eine Untersuchung offenbart keine Spuren eines Unfalls. Es werden nirgendwo am oder unter dem Fahrzeug Blutspuren, Körperflüssigkeiten oder Haare gefunden. Dieses Kriminallabor hat einen sehr guten Ruf bei allen Gerichten in diesem Staat. Sie haben die besten Geräte, die fortschrittlichsten Technologien. Wenn die nichts finden, fragt man sich schon, wie kann das sein? Wie kann jemand zweimal überfahren werden und am Fahrzeug sind keinerlei Spuren, keine Haare, kein Blut, gar nichts. Das ergab keinen Sinn. Das Fehlen der forensischen Beweise ist ein Problem. Die Glaubwürdigkeit der Zeugen, das andere. Beide geben in der Vernehmung zu, während des angeblichen Unfalls unter starkem Alkoholeinfluss gestanden zu haben. Zitat Ich weiß nicht mehr, wer im Clubhaus war und wer von draußen wieder reinkam. Wir haben da gesessen und getrunken. Ich weiß, dass es ein Kommen und Gehen war. Wie gesagt, wenn ich betrunken bin, bleibe ich es auch. Joseph Waymanen beteuert seine Unschuld. Mit zwei betrunkenen Augenzeugen, keinem forensischen Beweis an Waymanens Truck und ohne Leiche haben die Ankläger nicht genug in der Hand, um den Verdächtigen vor Gericht zu stellen. Der Fall scheint unlösbar. Die Ermittler im Fall vom vermissten Eric Schriefer benötigen mehr Beweise und konzentrieren sich deshalb auf die Suche nach der Leiche. Sie entschließen sich, den Hauptverdächtigen, Joseph Waymanen, noch genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich habe einen seiner Freunde gefragt, wann er das letzte Mal etwas mit Waymanen unternommen hat und wo das gewesen ist. Es stellte sich heraus, dass er in der vergangenen Woche mit seinem Freund zum Eisangeln war. Die Ermittler besitzen zwar eine vage Beschreibung von der Eishütte, die Waymanen und sein Freund benutzt haben, wissen aber nicht exakt, wo sie sich auf dem weitläufigen St. Louis River befindet. Dennoch wird eine Suchaktion gestartet. Wir fanden ein Eishaus, auf das die Beschreibung passte, waren aber nicht sicher, ob es das war. Als wir uns genauer umsahen, stellten wir fest, dass das Loch im Eis größer war als zum Angeln nötig. Es war so groß, dass ein Mensch durchgepasst hätte. Ein Team von Tauchern sucht die eisigen Gewässer des St. Louis River nach Eric Schrievers Leiche ab. Die Bedingungen sind miserabel. Es schneit mit Windböen bis zu 50 Kilometer pro Stunde. Die Taucher können nicht länger als 30 bis 45 Minuten unter Wasser bleiben, weil ihnen sonst eine Unterkühlung droht. Auch nach tagelangem Suchen finden sie nichts. Und die Ermittler erhalten noch mehr schlechte Nachrichten. Der Fall basiert fast ausschließlich auf der Aussage zweier Augenzeugen, die die Schlägerei zwischen Schriefer und Waymanen beobachtet haben wollen. Als die Beamten die beiden jetzt nochmals vernehmen wollen, sind diese verschwunden. Wir haben Aussagen von Familienangehörigen der beiden aufgenommen, in denen uns gesagt wurde, dass die Thunderbirds von den Hells Angels bedrängt wurden. Sie sollen die beiden Augenzeugen bedrängt haben, die Stadt zu verlassen. Sie haben sie bedroht. Ohne Leiche, ohne forensische Beweise gegen Waymanen und jetzt auch noch ohne Zeugen, stellt die Verteidigung den Antrag, das Verfahren einzustellen. Die Staatsanwaltschaft befindet sich in einer schwierigen Position. Währenddessen haben wir weiter nach der Leiche gesucht und nach anderen greifbaren Beweisen, um Joe Waymanen mit diesem Fall in Verbindung zu bringen. Wir waren überzeugt, dass er für den Tod verantwortlich war, doch er hat uns nichts gesagt. Je mehr die Ermittler über Waymanens Truck und die Aussagen der Augenzeugen nachdenken, desto mehr realisieren sie, wie unwahrscheinlich es ist, dass der Unterboden des Fahrzeugs so sauber ist. Und das mitten im Winter. Mit den Worten der Ermittler gesagt, der Wagen ist zu sauber. Und so untersuchen sie fast sechs Monate nach der Tat den Unterboden des Trucks noch einmal. Wir entschlossen uns, den Wagen Stück für Stück auseinanderzunehmen, bis wir ganz sicher sein konnten, dass keine Spuren da sind. Oder bis wir welche finden. Das haben wir dann getan. Wir haben die ganze Zeit vermutet, dass, falls der Truck beim Transport der Leiche benutzt wurde, auch irgendwo Spuren sein müssten. Ich bin der festen Überzeugung, dass an jedem Ort eines Verbrechens irgendeine Art von Spur zu finden sein muss. Die Ermittler bringen Waymanens Truck auf eine Hebebühne und nehmen den Wagen Schraube für Schraube auseinander. Ich habe eine Analogie in einem Artikel benutzt. Sie haben den Rasen mit einer Pinzette gestutzt. Sie suchten Zentimeter für Zentimeter ab. Mehr als zwei Tage sucht die Polizei jeden Zentimeter des Fahrzeugs ab. Schließlich finden sie ihren ersten Hinweis. Ein einzelnes menschliches Haar klebt am vorderen Stoßdämpfer. Als sie die Abdeckung der Ladefläche entfernen, finden sie in den Ritzen kleine Blutspuren. Blut hat ja die Eigenschaft, rot zu sein. Das sind also die roten Blutkörperchen, die uns nur anzeigen, wo das Blut ist. Das bedeutet, dass wenn ich großflächig oder auch kleinflächig, auf jeden Fall wenn ich putze und versuche das Blut wegzukriegen, führt es eigentlich dazu, dass man es erst recht in Ritzen und Spalten einsickern und eindringen und einkriechen lässt, die man überhaupt nicht mehr reinigen kann. Das führt also dazu, dass wenn ich jetzt das Blut auf einer Ladefläche oder sowas habe, dass ich auf einmal im Scharnier und zwischen irgendwelchen Ritzen und Anlagestellen, wo Teile aneinander kommen, mein sogar fürs bloße Auge, wenn man ganz, ganz genau hinguckt, sichtbares Blut finde, was ich jetzt für die Spurenuntersuchungen benutzen kann. Nur man kann es gar nicht mehr reinigen und wenn man mit dem Wischmopp lang geht, dann achtet man auch nicht drauf und übersieht es einfach. Die Polizei vermutet, dass Waymanen nach der Tat den Truck mit einem Hochdruckreiniger abgespritzt hat und das Blut dabei in die Ritzen zwischen das Blech gedrückt wurde. Nach den spektakulären Funden informieren die Ermittler sofort den Verteidiger von Joseph Waymanen. Die Beweise werden zur Analyse ins Labor geschickt. Sobald die Staatsanwaltschaft die Leiche mit dem Truck in Verbindung bringen konnte, gab es...